Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu COD1, ja YouTube hat ein fertiges Video von mir quasi leider gefressen. Ja das Ding ist in der Verarbeitung hängen geblieben und ja, neu hochladen war nicht mehr, weil ich die Datei leider schon gelöscht habe, aber naja gut. Dafür habe ich zwischenzeitlich hier noch eine Neuerung mit meiner Facecam, ich habe die jetzt mal nicht so kantig halt, ich habe sie rund gemacht. Gucken, vielleicht wäre noch ein nächster Schritt, dass das außenrum noch so hier an den Rändern, dass das irgendwie transparent wird zum Spiel, das wäre natürlich auch noch eine coole Sache, mal gucken ob ich das irgendwie demnächst auch mal noch hinkriege. Und ja, yo, passt ja soweit. Ich musste ja bis hierhin jetzt spielen halt, erstmal wieder hinspielen, weil ich hier eigentlich schon vorbei war, aber naja gut, was soll's ne. Du spinnst wohl. Ja, Whitescreen wie ich schon gezeigt habe auf Tech Experience geht ja hier auch, wie man sieht, ohne ein großes Breitköpfe oder so. Schrift und Hood im Menü ist halt natürlich nicht so perfekt, aber... Gibt's Schlimmeres kann man halt mit Leben, sag ich mal. So, und jetzt laufen wir mal weiter hier. So, und jetzt laufen wir mal weiter hier. Oh, shit. Oh, shit. Der Feind! Ich löff jetzt aber nicht wirklich schlechter als vorher schon mal. Oh, shit. Oh. Ja. Na komm, trau dich. Seh dich doch. Dann eben nicht. Ah, Sack. Den hab ich jetzt sauber. Da, haben wir hier noch wen. Sieht nicht so aus. Ich will noch ein bisschen Energie holen, oah. Da dürfte ja noch was gewesen sein. Ich will noch mal zurücklatschen hier. Jo. Soweit so schön. Und so, das sei noch ohne Ziel für ein Rohr. Nö, das wollen wir nicht. Ja, man sieht, das halt noch mal machen. Aber na gut. Was soll's. Schön in Whitescreen hier. Nächster Level. Und ab geht die Post. Ich weiß, das ist natürlich ziemlich gut, wann die von wo kommen. Ist natürlich doof, aber gut. Muss ja nicht automatisch auch heißen, dass ich hier besser durchkomme. Den hab ich gesehen. Lauf mir nicht im Weg rum. Lauf mir nicht. Das ist ein Video. sehr froh jawohl jetzt werde ich wahrscheinlich hier wieder voll ablosen so wie früher auch immer rechts kommen sie erstmal der braucht schon sniper action ne noch mal alles mit der mp40 hier ganz lässig ja Das war's für heute. Wow. Erfolgreich aufgeräumt hier, ja. Sehr schön. Klappt ja wie am Schnürchen, ey. So, wie ging das jetzt weiter? Habe ich das gerade die Tage schon mal gespielt gehabt? Aber, ja. Das ist so eine Stelle hier, die, ja. Keine Ahnung. Irgendwie ging's, glaube ich, wieder hoch, oder? Mir war so. Irgendwo hier hinten rein. Treppe hoch oder sowas. Ja, hier in der Ecke hier. Ganz doof. Muss man erstmal drauf kommen. Oh, wow, wow, wow. Ah, der steht wieder auf. Treffen sie sich mit Major Zuboff. Ja, das haben wir vor. Aber man macht's uns hier nicht leicht. Dauert ein bisschen. Ach, shit. Keine Verschanksmöglichkeit hier. Nicht so gut hier. So, das war hier wohl durchlaufen. Guck mal, der nette ERX-Echo-Effekt hier. In den Hallen. Jawoll, ja. Guck mal, mal wieder Sniper-Action. Los, los, los! Da in der Ecke noch, ne? Oh, schlack. Wie immer noch? Aua. Das ist aber weg vom Fenster, oder? Oh, dich hab ich gleich erledigt hier. Mal bestimmt ein Kopfschuss. Ha. Ah. Mach' mir mit so'ner Knifft rum. Fangen so'ner Pistole, ja. Mach' denn sowas. Das hat mal eine, Jungs. Okay. ok ja was musste mir auch im weg rumhängen hier so eine pfeife wow ich werde wieder allein rumlaufen hier weil die unfähig sind ja dann bleibt mal unten da ist er runtergelaufen hm wow oh shit wo wird er denn da hingefeuert muss ja noch irgendwo wer sein oder naja egal ja dann beweg dich mal tak ja los 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 ja reaktion ist ja angesagt und nach aber so die hier drüben So, haben wir das geschafft hier. Förderung und so weiter. Kanäle von Stalingrad, ja. Alles klar. Machen wir hier jetzt erstmal einen Cut und dann bis bald, wenn es wieder heißt COD1.